Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Fort Woodcrash Eichmann Dead World Ja, wir haben hier schon so einige Missionen letztes Mal gemacht und haben uns so ein halbes Dorf aufgebaut, wenn man es mal nennen kann Und doppelt das Dorf aufgebaut, aber egal Ja, genau Ja, was ist unsere nächste Mission? Wir gehen jetzt heute in die Stadt, mal schauen was uns dazu erwartet So, lass mal wieder mit dem Auto fahren Nicht, ich bin noch nicht da, nein, go So, noch rechtzeitig reingekommen Ja, ja, während dem Fahren zu eingesprungen noch Start Loading Okay, wir müssen jetzt Aaron suchen Okay Alter, die Stadt ist mal cool Ja, guck, 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 oh Dingens, Dingens, das ist Woodbury Ja Oha Darf ich jetzt auch grad dran denken Doch, hier kann man ran Ja, echt Oh, warte Was Ne, das ist, man kann mal drüber schauen Äh, äh Alter, wie cool Vielleicht, vielleicht zerstören wir die mal irgendwann mal, wenn die ist schon so halb kaputt Keine Ahnung, wenn jetzt hier wieder so ein Panzer stehen würde Wenn unser Auto steht mal zur richtigen Position Weißt du, so ein Panzer, wie in der einen Map da Im Trailer von Dead World, äh, gab's nen Panzer, der wo es aufspringt Okay, hier geht's nicht weiter Äh, hier geht's nicht weiter Lass mal hier Ja, da müssen wir lang Ja, ab ins Haus, haben wir die Stadt durchsuchen Aber ich find das, ich find diesen Boss hier einfach so geil Okay Das ist Das ist der Bike Okay, aufsteigen Go Lass fahren Au Au Oh nein Oh man Egal Ach hier haben wir die, die Tonnen Wo ist der? Banditen Nein Oh oh Hey du Ich bin Albert Hi Albert Hast du mich gesehen? Kannst du ihn herbringen? Oh Aaron, klar Ich weiß nicht Kannst, äh, kannst du, äh, wie? Kannst du meine Freunde herbringen? Ich weiß nicht Die du getötet hast bei der, äh, Tank, Tankstelle Oh shit Äh, in der Tat Lass die Show beginnen Okay Hier, ich, ich, hier kommen wir Oh oh, das sind Zombies Oh 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 Eier, Eier, Dingens, Dingens, das ist der Äh, wie hieß der nochmal gleich? Äh, äh, Mudberry Königter Der, äh, Blake Der Sheriff Der, äh, Philipp Philipp Ja, ja, ne, ich mein, ich mein, der, 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 der Der Anführer Der Governor Oh 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 oh, ja, hier Der Governor Ja Alter, das ist richtig geil gemacht hier Ey, ich hab grad voll Bock wieder The Walking Dead zu gucken Ja, ja, ja Muss das machen Ich weiß nicht, wer von euch zu schon hier The Walking Dead guckt Ist auf jeden Fall eine mega geile Serie Äh, kann ich euch nur empfehlen Nicht schlecht Die Nächsten Oh, nein, da oben, guck mal Von wo Die kommen jetzt von den Häusern raus Oh, wow, 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 wow Alter Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Die kommen dann von den Häusern raus Einfach mal Oh nein, ich nehm's zurück Nicht so geil, nicht so geil Oh 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 Bei der nächsten Wave, das habe ich gerade Cube zu dir gesagt. Lass bei der nächsten Folge einfach eine Granate drauf werfen. Stell dich hier hoch, hier bist du sicher. Ja, wir machen wieder die Virus-Taktik. Oh ja. Okay, okay, hä, mussten wir irgendwas machen? Ne, ich glaube nicht. Warte mal, hat sich irgendwas getan? Okay, lebt irgendwie noch ein Zombie, kann das sein? Ne, oder? Ich höre keinen. Hallo? Ja. Ah, hier. Ich töte dich, wenn ich hier raus bin. Rauskommen. Da kommt nochmal. Das passiert nicht. Ich werfe eine Bombe, ich werfe eine Bombe. Ja, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 lockt sie zusammen, lockt sie alles zusammen. Und? Wow. Oh, nice. Oh mein Gott. Ich habe ein guter Effekt, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh nein, oh nein. Oh nein. Wow. Alter. Oh, ein Herz. Wow. Die kriegen uns niemals. Gestern hast du irgendwas gefunden. Besser haben, waren plötzlich viel stärker. Wie dein Freund Aaron. Lass ihn raus. Oh, nee, oder? Ist er jetzt ein Zombie? You son of a... Äh, okay. Oh, Mann. Ich weiß nicht, vielleicht ist er ein Zombie. Ich denke... Wow. No, 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 die Zombie ist ein Zombie. Ich wurde von Aaron getötet. Aaron, nein, Aaron hat mich auch gekillt. Alter. Okay, der ist stark. Aber wie jeder weiß, Steve ist noch sterblich, da jetzt kommen wir wieder. Okay, warte, Aaron. Sorry, aber brenn. Yo, er ist tot. Ich habe seine Spitzhacke. Oh, und hier geht's weiter. Ah, damit kann man Koppeldinger abbauen. Was? Warte mal. Warte mal. Wir könnten... Was kannst du abbauen? Oh, geil. Wir können den Weg zu Runden nehmen. Warte mal. Das heißt, also diese Dinger hier können wir abbauen. Okay, droppen die Leute, die droppen wirklich. Ja. Die können wir aber nicht platzieren, oder? Dürfen wir, glaube ich, auch nicht. Wir müssen das Gate... Warte mal. Wo ist ein Gate? Gate, 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 gate. Wo gehst du hin? Äh, warte mal. Das hier ist für mich kein Gate. Äh, Dingens. Ne, versuch mal, das hier abzubauen. Kannst du das abbauen? Was? Ne, da steht nur, also, dass man die Koppel zäunen. Aber warte mal. Oh, da sollen wir zurückfahren. Ich weiß es nicht. Irgendwer? Oh. Ich habe mal gedrückt. Mission beenden. Ja, okay. Perfekt. Sublike. Ist das? Dingens, sie beobachten, wie Leute sterben. Äh, von, von, äh, Besson. Aus Spaß. Oh mein Gott. Was Earl sagt. Aber was, wenn ich sie jetzt angreifen wollen? Nein, da töte ich sie vorher. Aber wie willst du sie töten? Du sagst es selbst, die sind voll viele. Aber, äh, was, was? Äh, die Welt ist irgendwie kacke hier in einem Gefängnis. Äh. Ich bin ausgebrochen und ach, das war vom vorigen Teil, erzählt er hier, wir müssen jetzt zum Gefängnis, warte mal, es war ein Panzer im Gefängnis, oha, passt, wie schon gestehen, ein Panzer, und dann geht's Rock'n'Roll, ohne Witz, das ist tatsächlich von The Walking Dead hier, das mit dem Panzer und Gefängnis und so, es ist ziemlich geil hier, los komm her, Okay, warte mal, warte mal, jetzt müssen wir wieder upgraden, ich hab hier ein bisschen Zeug wieder, ach so, okay, ich hab aus der Storage, aus der Storage-Kiste habe ich was genommen, ah, wir können, äh, Leute, wir können Zombie-Köpfe für Pfeile enttäuschen, also der Typ zieht die Pfeile aus denen raus, für uns, das ist sehr interessant, ähm, aber ich will mir, wer hat denn, irgendein Wildscher hat doch diese Granaten verkauft, die Bomben, wer war das denn, war das, Nein, Aaron ist weg, nein, äh, hä, irgendjemand hat das doch verkauft, was, also wenn ich mir, irgendein Villager hat doch diese Bomben verkauft, Molotovs und so, äh, wer ist denn das hier, der war da drin, glaube ich, der hier, Mitch, Gareth war das, Mitch, wer ist denn jetzt auf einmal Mitch, Gareth, ja, Gareth war das, sag ich doch, ja, Bombe, äh, Molotov, und ja, jetzt sind wir, äh, ziemlich, ziemlich, äh, gut, äh, warte, ich, ich loot noch, mal hier, und dann geht's ins Gefängnis, obwohl, lass mal, lass mal wieder hin, äh, zwischendurch, äh, ein paar Optional Missions machen, Okay, 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 ja, ich will mal sagen, eine Optional Mission, Mission noch für diese Folge, und nächste Folge geht's dann richtig ab mit Panzer-Action, Okay, Alter, hier gibt's so viele, ne? Was ist das, ein Crash? Oha, ein Helikopter wurde irgendwo hier gesehen, Ach, wir kommen immer, wir kommen immer hier in dieselbe Location hier, Okay, wir müssen den Helikopter finden Oh, ein, oh, si, siehst du einen Helikopter? Wo ist denn hier? Da, 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 ich hab ihn Ja, ich hab ihn auch, oh, Huckli, du selber grad, oder was ist das? Nee, du lagst bei mir, nee, jetzt bist du drin, ne? Oha, hier, oh, 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 ich hab ihn auch grad, Ile Zombies, ich hab gelootet, hab gelootet, Woh, 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 woh. Ey, die greifen mich grad nicht an. Ich hab alles gelootet, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. was du bekommen hast, aber lauf einfach, das ist unsere Mission, oh nein, 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 wir haben alles gefunden, bei Steves, eine Mission, pausen Zombies, oh nein, warte, ich bin schon dort, ich bin dort, ja, alter, so, warte, ich kann dir jetzt auch so einen Baseballschläger geben, wenn du willst, was hast du denn bekommen, warte, wollen wir essen? Ich habe bekommen einmal noch das hier, warte, hier, so, oh nein, ich habe, glaube ich, Puppen habe ich, glaube ich, genug, so, kannst du nehmen, was war das zweite? Pfeile, okay, okay, so, lass mal noch eine Option Mission machen, die sind relativ lustig, ne, ist keine, ach so, okay, jetzt zum Prison, oder erst in der nächsten Folge, Timeset machen, ne, ne, komm, lass mal, lass mal zum Prison, auf geht's, auf geht's, aber fahr nicht los, nein, ich muss wieder laufen, okay, auf zum Gefängnis, loading, okay, hier ist Mitch, okay, okay, was wird mit passieren, jeder, der mit uns mitfährt, stirbt irgendwie, oh mein Gott, alter, das sieht mega geil aus, richtig nice, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich das, wo wir mal ausgebrochen sind, alter, ich muss schon sagen, das ist, glaube ich, die geilste Adventure, wie hier gespielt habe, ja, ich finde sie auch geil, so, ist einfach so mega geil, die Map hier, ist das hier der, 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 das ist der Panzer, aber auch schon noch mal, ob du bluten kannst, hier, oh mein Gott, oh mein Gott, hier gibt's noch bestimmte, wo es zum Bluten, oh mein Gott, ich lauf gerade einfach so und ignoriere einfach alle Zongues, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das ist, alter, hier sind überall Bäume gewachsen, ich erinnere mich an die Map, als ob es gestern gewesen wäre, ist das wirklich die selbe Map, ich glaube schon, bin mir eigentlich ziemlich sicher, hier sind wir in Kommen, okay, Zombies, Zombies, haupt mal ab, nein, 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 Zombies, nein, 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 Suizid, oh, aber ich habe alle mitgerissen, warte, warte, du hast hier ein bisschen Probleme hinten, ich habe gar keine Probleme, und zack, und einfach noch, nein, wir müssen, wir müssen den, äh, den Tank, äh, Schlüssel, also der hier, den, den Tank, okay, warte, 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 wir müssen hier, äh, hier ist die Waffenkammer, den Schlüssel müssen wir finden, ja, der ist wahrscheinlich hinter Waffenkammer, komm mal, ich komm mal, äh, ne, 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 hier ist nur ein Stonebrick, wohl, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich schau dich mal, schau dich mal um hier, warte, äh, vielleicht fehlt mir hier irgendwas, hier sind nur Motorräder, Steinziegel, oh, 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 miss, 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 nein, verbrennen, whoa, 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 nein, tot, nein, 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 altos, ich bin kams Beckhammisch, oh nein, oh nein, oh nein, ey, ok, ok, ich leb noch, ich leb noch, aber mitenser, bin ich leben, alter, alter, die kommen gerade so viele Zombies, alle Zombies der Welt kommen gerade dazu mir, das ist viel zu arg, nein, Ich wollte überleben, ok, ach, da bist du, da bist du, lass mal, lass mal hier reingehen, vielleicht ist hier irgendwas, da hinten ist nix, nee, hab schon geguckt, Oh, schade. Kannst du doch nicht dieses Blöcke hier abbauen, diese Zäune? Nicht die Eisengitter, nur die Zäune. Ja, 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 die Dingens, die Zäune. Okay. Mal schauen, mal schauen. Hier ist Loot, hier sind noch mehr Bomben. Interessant. Alter, man sieht hier überhaupt gar nichts. Einfach mal wegen dem ganzen Gras. Ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist noch so ein Dingens. Frachtwagen. Nee, hier ist nix. Ist, ist das so noch so ein Bus? Hier hinten ist bestimmt doch irgendwas, oder? Ich hab gerade, da hinten, warte mal, was steht hier? Ah, ja, so genau, dort, 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 dort geht es weiter. Doch, äh, Dingens. Oh, hier ist ein Eisenschwert, eine Machierte. Doch, das ist die erste Map, weißt du noch? Guck mal. Genau diesen Gang hier kann ich mich, äh, ich kann nicht mehr, ich erinnern, das Dead Prison Ant. Auf jeden Fall. Okay, okay, aber hier ist alles verwüstet, lass mal hier zurückgehen. Dort hinten war der Spawn. Geht du da lang, ich geh hier lang. Ja, hier geht es nicht weiter. So, äh, da war ich immer ne Cafeteria, dort, wo du jetzt hinlaufst, oder? Ja, ja. Oh, und von oben kommen wir natürlich... Wow, 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 wow. Übertreibt, übertreibt. Oh mein Gott. Äh, ich hab gerade ne Granate komplett verschwendet. Oh Mann, oh Mann, ich muss wirklich mehr mit Bogen arbeiten. Okay, wir sind hier richtig, weil ich spawne immer direkt hier. Ja, ja, das ist gut. Oh Mann, warte, warte, lauf, 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 tauf, tauf. Und nochmal, ich höre euch das alle verbrennen, nein, Alter, immer diese brennenden Zombies, okay, schrecklich, schrecklich, Alter, wie viele sind denn dort, aber die kommen einfach von der Decke auch, ne, so, was ist das hier, Tor, ein Molotow und mehr nicht, äh, oh, haben wir das für Türen hier, hier ist das Basketballfeld, stimmt, ah, das kann ich mich erinnern, hier hinten ist der Turm, ja, oh man, da kann ich mich noch erinnern, die erste Folge Dead Prison, ja, wo wir einfach quer aufs ganze Feld gelaufen sind, hier ist die Radiofunkstation, ja, ja, wahrscheinlich ist das dort, warte mal, Alter, hier gibt's so viele Wege, oh, mein Gott, und hier sind die Generatoren, die wir aktivieren sollten, oh, 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 Oh nein, ich hab nicht geschlagen, Mist, 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 Hier, guck hier in die Kiste, schnell, jaja, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich muss essen, ich muss essen ich muss ich komme zu dir wir müssen wir müssen wir müssen irgendwo den schlüssel finden der panzer muss fahren er muss einfach fahren so ich habe ihn echt hast du ja kommen muss ich hier erst okay das ist gut eigentlich ist gut ja eigentlich schon so ich bin wieder beim panzer ok ok hier gibt es ansonsten eigentlich nichts mehr ja ich komme zurück zum panzer ok 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 hinsetzen ich weiß nicht warten auf mich ich komm schon ich komm schon kann er platziert werden auf eisenblock hier wo ist jetzt wir haben den panzer mitgenommen geil wir haben jetzt einfach ein panzer attack the city wenn you are ready das wird das wird geil das wird show da aber jetzt schau erst mal ob es optional dings gibt jetzt war es erstmal für die folge würde ich sagen wenn es euch gefallen hat gibt da genug ansonsten bis zur nächsten folge haute rein und tschau tschüss leute